Erektionsprobleme sind nicht heilbar, es ist eher ein körperliches Problem, da muss etwas kaputt sein, wenn es nicht funktioniert, sagte doch letztlich ein 44-jähriger junger Mann zu mir. Sein Problem war es, dass er beim Sex mit seiner Freundin eben spürt, dass er inneren Druck empfindet, dass er dann eben komplett verkrampft, er liegt dann nur da, möchte eigentlich performen, ja, hat diesen Antreiber im Kopf, der performen möchte, doch das Ergebnis ist dann letztendlich, dass er durch diesen eigenen Anspruch, den er da in sich, an sich selber hat, ja, sich so einen großen Druck macht, dass die Erektion versagt, der Penis eben letztendlich dann auch nicht steif wird beim Sex mit der Freundin und dann die Sexualität abrupt zu Ende ist, sozusagen, ja. Er wünscht sich natürlich, dass er den Zugang ja zu sich selber wiederfindet, dass er eben eine stabile, dauerhafte, harte Erektion bekommt, dass die Verkrampfung und Anspannung natürlich weg ist, denn er will natürlich den Sex mit seiner Freundin genießen, ja, er möchte auch den Zugang zu seiner eigenen Männlichkeit wiederfinden und Sex ist für ihn natürlich total wichtig, ich möchte ein schönes Leben führen mit einer gesunden, guten Sexualität, in der er sich auch eben auf die Frau einlassen kann, der Frau seine Liebe, seine Zuneigung schenken kann, ihr das zeigen kann, ja, sich öffnen kann, sozusagen und dafür braucht er eben die Ruhe im Kopf, die ihm jetzt momentan fehlt. Ja, dann macht er sich auf die Suche nach einer Lösung, bucht sich einen Urologentermin, das erstmal ein paar Monate dauerte, bis er den Termin überhaupt wahrnehmen konnte. Zuversichtlich begab er sich dann in die Behandlung hinein, traf sich mit dem Urologen, der untersuchte ihn und der Urologe sagte dann letztendlich, also das Ergebnis war, dass organisch alles in Ordnung ist, dass er eben kein körperliches, sondern eher ein psychisches Problem hat. Ja, da war er natürlich erstmal total perplex, er wusste dann nicht, was er sagen sollte, ja, er dachte doch bis dahin, dass irgendetwas kaputt sei, dass Erektionsprobleme eben auch nicht heilbar sind, ja, und der Urologe winkte dann mit der Lösung und gab ihm Potenzmittel, was er auch erstmal so in Anspruch nahm, also er ging zur Apotheke, holte sich die Potenzmittel und war dann eben der Meinung, und siegessicher, ja, damit wird es jetzt immer funktionieren. Doch ihm ist eben auch klar, wenn er sein Problem nicht löst, dann wird er wirklich auch wieder scheitern, ja, und er wusste auch irgendwo schon intuitiv, gefühlsmäßig so ein bisschen, dass es wohl doch eher was mit der Blockade im Kopf zu tun hat. Naja, er wollte es trotzdem probieren, nahm eben eine Stunde vor dem Treffen mit seiner Freundin Potenzmittel ein, und dann lagen sie wieder in der Kiste und es kamen wieder eben genau die Probleme wie vorher, er ging in die Gedanken, die Gedankenkreisen, der Teufelskreis der Gedanken, dadurch kam die Erotik nicht zustande, ja, er war oft verkrampft und er scheiterte dann kläglich, auch mit Potenzmitteln hat es dann leider nicht funktioniert, weil eben sein Kopfkino losgegangen ist und die Ängste und die Verkrampfungen eben wieder entstanden sind. Und dann kam blöderweise auch noch ein abwertendes Kommentar von seiner Freundin, ja, dass er es doch nie bringt und dass sie schon total frustriert ist und verzweifelt und sie gar nicht weiß, was sie überhaupt machen soll. Ja, er lag da, ihm wurde schwindelig, er ist blau angelaufen, die Frau ist dann weggelaufen und dann war die totale Frustration da, beide waren eben total hoffnungslos und er dachte dann auch von sich, dass er wirklich so ein hoffnungsloser Fall ist, ja, und dann traf er sich mit einem Freund, ja, der Freund von ihm, der hat irgendwie was von mir gehört, er kannte jemanden, den ich mal betreut habe und dem dann damit auch letztendlich geholfen wurde und er hat ihm dann die Internetseite gezeigt und so weiter und eben einen kostenlosen Call in Anspruch genommen. Also er hat einen kostenlosen Call gebucht bei uns sozusagen, kam dann eben auch zuversichtlich in das Gespräch. Wir halfen ihm dabei, dass er sich eben auch wirklich wieder dann ein wenig öffnen konnte, dass er Zuversicht und Hoffnung gefunden hat und dann buchte er letztendlich auch unsere Beratung, obwohl ihm eben auch bewusst war, dass ein ordentliches Investment da auf ihn warten wird, ja. Und seitdem hat sich aber total viel positiv verändert, also so viel Positives, was für ihn eigentlich fast unbezahlbar. Er hat seine Probleme verstanden, er hat die negativen Erlebnisse aus der Vergangenheit gelöscht in seinem Unterbewusstsein oder er hat auch den Kontakt zu seinem Unterbewusstsein wiedergefunden, sodass er eben gelernt hat, achtsamer mit sich selber, mit seinem Körper umzugehen und dadurch eben auch ruhig bleiben kann, weil er den Zugang zu sich selbst wiedergefunden hat, sind die negativen Gedanken auch weniger geworden. Er ist mehr im Fühlen und hat dadurch eben auch wieder zu einer guten, gesunden Sexualität zurückgefunden. Seine Frau oder seine Freundin findet das natürlich jetzt extrem anziehend, weil er sich wirklich mehr eröffnen kann. Er redet mehr mit ihr, er fühlt sich mit sich selber als Person, als Mann glücklicher, er fühlt sich als ganzer Mann und kann die Sexualität wirklich genießen, sich fallen lassen. Und eine erfüllende Sexualität ist für ihn kein Novo mehr, sondern wirkliche Realität in seinem Leben. Ja, und vielleicht ist es jetzt ja bei dir so, dass du in einer ähnlichen Situation steckst. Und von daher kann ich dir nur sagen, es gibt Hoffnung. Ja, vielleicht als kleinen Tipp, nehme doch gleich den kürzesten Weg in die Heilung. Nicht erst ein paar Umwege machen über Urologen und Ärzte. Ja, manche hoppen auch von Urologe zu Urologe und ja, es wird dadurch nicht besser, es wird nur schlimmer. Ja, vergiss am besten auch die Potenzmittel, du kannst du gerne mal probieren. Aber es wird nicht auf Dauer zu einer Lösung des Problems führen, leider. Denn deine Selbstachtung leidet darunter, wenn du immer mehr das Gefühl hast, dass mit dem, was du tust, kommst du ins Scheitern. Die Selbstachtung steht auf dem Spiel und alleine das ist auch schon ein logischer Grund, weswegen du jetzt wirklich etwas tun solltest. Ja, mach dir auch bewusst, einen Notarzt oder ein Arzt an sich ist immer für die Notfälle des Lebens gedacht. Also wenn wirklich das Leben bedroht ist und die Krankenkassen zahlen meistens auch keine Sexualtherapien oder sowas in der Art. Ja, und wenn du körperlich gesund bist und das merkst du eben daran, dass du mal eine Erektion hast, dass du mal auch die Masturbation ohne Probleme machen kannst oder die nächtliche Erektion da ist, dann kann man eigentlich auch schon sagen, dass organisch alles in Ordnung ist und das wäre jetzt der wichtigste Grund, weswegen du wirklich den Kontakt hier zu uns aufnimmst, damit wir eben auch an einer Lösung für dein Problem arbeiten können. Und du kommst einfach hier in unser kostenlosen Beratungscall. Ja, dazu kannst du dir einfach einen Termin hier unterhalb des Videos im Terminkalender aussuchen, den Link aufrufen, Termin aussuchen. Und wir kommen miteinander in Kontakt, wir können miteinander reden und dann eben gucken, wie wir das Problem für dich lösen. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Dein Nils. Ciao.